Wir haben keine Zeit, wir sehen uns auf dem Rückspiel, wenn ihr gewinnt 250.000 habt, ihr eh mehr davon. Easy. Wie bitte? Ey, bleib mal alle stehen, bleib mal alle stehen. Und jetzt, schmeiß einfach die Waffen auf den Boden, die die Waffen haben. Ey, bitte, Momo, Momo, mach mich auf krass, mach mich auf krass, ey. Mach mich auf krass, ey. Momo, mach dich auf krass. Mach mich auf krass. Digga, früher hatte ich nix, ey. Digga, früher hatte ich nix, ey. Digga, früher hatte ich nix, ey. Heute fahr ich durch Beverly Hills, ey. Fahr durch Beverly Hills. Diese Bootyga bin da nun nix, Diese Bootyga bin da nun nix, Digga, kauf mich jetzt, geil in the grip, ey. Jeffrey, okay, Aufwand und Davies. Oh, Juni. Elena, komm, komm, mach hier vor, mach hier vor, mach hier. Mach hier, komm, mach hier, komm, mach hier. Komm, geh. Komm direkt an derлатen Gang. Die vulgar erle� boiler. Die sind aber noch in den Autos, die fahren. Ja, alles gut. Ich bin jetzt mit dem Bergjahr. Was tut die BFs auf? Alter, ehrlich. Die fahren hoch, die fahren hoch zu den Gleisen. Ja, alles gut. Lauft links hoch, läuft den Berg hoch. Die fahren komplett. Ja, alles gut. Ja, keine Ahnung, das darf man. Lauft einfach hoch, einfach hoch. Laufs hoch, läuft hoch, läuft hoch. Laufs hoch, läuft hoch, läuft hoch. Laufs links, weiter links. Elena kommt mit. Elena kommt mit. Elena ist gelandet, Elena ist gelandet. Elena ist links oben. Laufs rechts, läuft rechts, läuft rechts die Kuhle,elled recht, sie kommt. Die müssen rechts, wir müssen rechtsvio, links die Kuhle, wir müssen rechts angles recht, kommt rechts die Kuhle. Ich pushee Heli, ich pushee Heli, ich pushe Heli, wir müssen recht. Wir sind da, wir sind da 法sen, pat own, die sind da Wir müssen rechts. Ich bin falls. virtuell Hubertinsch Jux, die legen sich, die legen sich. Jux, die legen sich, die legen sich. Die legen sich. Ey, ich habe einen Sommerkomponenten. Triff die, Digger. Nö, 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 Nö. Stark, stark, Jux. Triff sie weg, Digger. Walla, die legen sich, Jux. Auf meine Mutter, die legen sich, Jux. Auf meine Mutter, die legen sich. Lügen allein, Lügen, Lügen. Komm, 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 komm. Komm, komm rein. Walla, diese Endis. Andys, was hier sind, Andys, 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 nix können die, nix können die, wer ist Carly, wer ist Carly, wer ist Carly? Die pushen uns hoch, die pushen uns hoch, komm. Sind da, sind da, sind da, sind da. Kommt Jungs, rechts von dir, Maske, rechts von dir, rechts von dir. Ja, fixe weg, Maske, komm, komm, der ist alleine, komm. Nein. Egal, ich hab Loco getrashdockt. Egal, 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 ich kann eh nix, ich kann eh nix, Bruder, ich kann eh nix. Warum? Kenko, warum? Er will nicht mehr mit mir fahren. Warum, was hast du gemacht? Darf ich dich tragen? Ja, Bruder, guck mal. Die hatten, die hatten Dings. Äh, trag mich doch. Was machen meine Jungs da? Ey, das sind ja unsere Autos. Man darf ja jetzt anscheinend Offroad fahren, ja? Verstehe. Gut. Del Mafia. Gut, Karl. Also? Was also? Wo ist mein Geld? Denkst du ein Kampf und ist vorbei, oder was? Ah, 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 ah. Es gibt immerhin hier um 200.000 US-Dollar. Ich will doch wenigstens aus Respekt aus, ja. Wie, aus Respekt vor was? Schau mal, erstmal hast du 250.000 gesagt. Nein, 1 gegen 3 gegen mich verloren, bitte. Ah, 1 gegen 3? Ja. Okay, Safi. Hall doch aus einfach. Okay, easy. Also stehst du nicht zu deinem Wort? Wie, ein Kampf und dann ist vorbei? Was haben wir denn abgemacht? Denkst du, wir sind hier in der Europa League, ein Kampf und dann ist vorbei? Komm mir nicht mit deinem scheiß Europa League. Komm mir nicht mit deinem scheiß Europa League. Komm mir nicht mit deinem scheiß Europa League, Bruder. Champions League. Drei Spiele. Mindestens hin und Rückspiel. Mindestens. Und wenn wir das Rückspiel holen, dann gibt es hier noch eine Verlängerung. Was hier allein noch hofft? Hey, 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 Blightenberg, halt mal deinen Mund da, bitte. Blightenberg? Blightenberg. 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 Soll mal deinen Mund halten. Was babbelst du? Was babbelst du? Ich komm voran wie der Song von Luciano. Barranco oder Musaranka. Ich finde das amüsant. Ja, wir lachen euch Schwänze aus. Wir sehen uns auf Rückspiel. Ja, mach keinen Film jetzt. Komm. Jungs, ich stelle euch. Wir gehen zum Barber. Wir sind noch nicht fertig. Ja, ist mir egal. Dann ficken wir euch danach. Ja? Wir haben keine Zeit. Wir sehen uns auf dem Rückspiel. Wenn ihr gewinnt, 250.000 habt ihr eh mehr davon. Easy. Wie bitte? Bleibt mal alle stehen. Bleibt mal alle stehen. Und jetzt? Schmeißt einfach die Waffen auf den Boden, die die Waffen haben. Ey, bitte. Momo, Momo, mach mich auf krass. Mach mich auf krass. Ey. Mach dich auf krass. Momo, mach dich auf krass. Mach dich auf krass. Was? Ich will dich nicht zu meiner Bitch machen. Bitte. Halt einfach deine Fresse. Bitte. Lightcoin. Lightcoin. Bitte. Du bist am performen wie der wirkliche Lightcoin, Bruder. Man hat viel gehofft, nichts ist passiert. Also bubble man nicht so viel. Ihr krypte. Ja. Was? Oh mein Gott, ihr habt ATK geschlagen. Oh mein Gott, wie krass seid ihr. Bruder, Carly. Carly, ihr seid so krank, ja? Carly, ihr seid so krank, Mann. Carly, ihr seid so krank, bitte. Oh mein Gott, Carly, ihr seid so krank. Rückspiel. Wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Rückspielen. Rückspielen. 22.30 Uhr. Rückspielen. Hör mal zu. Verpiss dich. Keine Uhrzeit, Hermano. Verpiss dich jetzt von hier. Pussy, was du bist. Komm, lass dich verschwinden. Das Problem. Ich spreche nicht mit meinen Worten. Ich spreche mit meinen Waffen. Ja. Hast du auch so viel getroffen, Andy. Bitte in den Koffer. Geht nicht, Bruder? Wir sehen uns auf den Straßen. Geht nicht? Dann tragt euch. Geht nicht in den Koffer. Er sagt Köter. Er sagt Köter. Unten sind eure Autos. Unten sind eure Autos. Er sagt angeschlagen. Er sagt angeschlagen. Oder ich verspreche dich, ich boxe dich um wie Manuel Sin. Versprochen, mein Süßer. Ich boxe dich um wie Manuel Sin. Du wirst umfallen. Du wirst umfallen. Komm, nix. Komm, nix. Geht runter. Jungs, ich bin nicht mehr. Ich mach das nur ein bisschen um, ihr wisst schon, Bruder. Ein bisschen Feuer in diese Geschichte zu bringen. Bei dieser Kampf, da war kein Feuer. Da war kein Hass, Bruder. Ja. Ähm, Mafia? Ja. Wollen wir zusammen fahren? Ja. Ja, Bruder. Hallo. Kommst du Schwanz auf die Straße? Nein, ich mein TV. Oder muss ich dich base raiden? Du kannst gerne auch mal rein kommen. Nee. Komm auf die Straße wie ein Mann. Das wär krank. Bruder, 15 Minuten gebe ich euch Zeit, ja? Ja, dann machen wir einfach weg der Päsch. 15 Minuten gebe ich euch Zeit. Ey, in der Champions League gibt es nicht so viel Pause. Wenn du Pause brauchst, geh in die Rentenliga. Nein, nein, das kann ich nicht. Du kannst mich verarschen, Dinger? Ja, ist so schlecht. Bruder, wechsel mal die Akkus von deinem Hörgerät, ja? 22.30 Uhr. 22.45 Uhr. Und dann geht's los auf den Straßen. Oh, du willst. Oh, du willst, du Eiri. Aber nicht in der Stadt, Hermano, weil da sind die Polizien unterwegs. Weger, redest du grad mit nem Amplicy? Wieso? Komm her, komm her. Juck dir, ist das nicht, dass ich mit dir mit Emotionen rede? Wo sind deine Emotionen? Wo ist das? Ich schieß dir in die Fresse, m***er. Und dann auflegen. Nein, 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 Hermano, das ist definitiv. Das soll dir alles mit Respekt laufen. Was? Natürlich, Hermano. Ja, was wirst du bitte von... Bro, was wirst du denn so ein Scheiß geworden, hä? Hast du Angst, dass ich deine Sachen nehme und dich dann auslache, weil wir dich dann gefickt haben, oder was? Hä? Ey, mach doch nicht diesen Ding, das ist doch langweilig, Bruder, ja. Bro, wo ist dieses... Ich schieß dir in die Fresse, m***er. M***er. Äh, Kali, wir ficken euch. Wir werden dir deine Waffen wegnehmen, m***er. Das ist doch... Was ist los mit dir? Äh... Jaja, du hast... Soll man dafür jetzt v-nennen, Kiro? Ab demnächst mal. Aber ich hab gerade keinen Groll gegen dich. Ich kann dich gut leiden. Ich... Mir fällt sogar schwer auf dich zu schießen, deswegen... Als ich dich gesehen hab, wollte ich schießen, dann hab ich nicht abdrücken können und dann wurde ich neben... umgeschossen, M***er. Ey, der, das ist doch nicht dein Ernst. Das ist doch nicht dein Ernst, Mann. Natürlich, M***er. Ich hab keine... Warte, das macht doch keinen Spaß. Es wurde auch... Momo auf einmal erhält sich zurück. Was ist das? Verstehst du das, Little Mafia? Auf einmal? Natürlich. Oder, Digga. Hey, sure, Digga. Du hast dich echt verändert, Digga. Wirklich. Ich mach keinen Bock mit dir. Ey, wir schießt das. Wirklich.